Telk, Deutsch B1, Zertifikat Deutsch, Übungstest 1 Hörverstehen, Teil 1 Sie hören nun fünf kurze Texte. Dazu sollen Sie fünf Aufgaben lösen. Sie hören diese Texte nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 41 bis 45. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage Gleichberechtigung im Haushalt und konfrontierten über 50 verheiratete Paare mit der Frage Wie teilen Sie sich die Arbeit im Haushalt? Hören Sie dazu einige Stellungnahmen. Nummer 41 Eigentlich mache alles ich. Ich bin zu Hause und daher koche ich, ich wasche ab, ich bügel, ich versorge das Kind. Naja, mein Mann macht vielleicht den Abwasch und den Garten. Für den ist er zuständig. Und einkaufen gehen wir beide. Nummer 42 Wo ich im Haushalt helfe. Ach Gott, kochen, kochen tue immer ich, das macht mir großen Spaß. Dafür wäscht meine Frau eben ab. Wäsche waschen mache ich nicht so gerne, das macht sie. Dafür gehe ich immer gern einkaufen und Garten blummen gießen, dass ich ein bisschen aus dem Haus rauskomme. Nummer 43 Tja, bei uns ist das so, mein Mann ist voll berufstätig. Ich bin zu Hause mit unseren zwei kleinen Kindern, drei und fünf Jahre alt. Tja, und dann schaut es so aus, dass ich koche, abwasche, aufräumen, das muss auch ich machen. Vor allem in den Kinderzimmer schauen natürlich immer schrecklich aus. Wäsche waschen, das mache auch ich, ebenso das Bügeln. Das Einkaufen übernimmt er, putzen tue ich und im Sommer betreut er den Garten, gießt die Blumen, den Garten. Aber das ist etwas, das kann ich nicht, das mag ich nicht. Nummer 44 Puh, wissen Sie, bei uns ist das eigentlich ganz unterschiedlich. Es hängt von der Situation ab. Meistens koche ich und gehe auch einkaufen, während meine Partnerin sich eher mit Aufräumen und Abwaschen beschäftigt. Die Wäsche, die teilen wir uns und Garten haben wir keinen, daher entfällt das weg. Nummer 45 Also mein Mann, der ist ziemlich faul, der macht überhaupt nur das, was ihm Spaß macht. Einkaufen geht er, ja. Aber er hält sich nicht an die Liste, die ich ihm aufschreibe. Kauft irgendwas, meistens zu teure Sachen. Ab und zu kocht er. Aber das Abwaschen überlässt er mir, na, aufräumen tut er sowieso nicht. Die Wäsche, die schmeißt er einfach ins Eck, das ist meine Sache. Putzen kann keine Rede sein. Und um den Garten kümmert sich bei uns eigentlich überhaupt keiner, der verwildert. Ende des Tests Hörverstehen Teil 1 Hörverstehen Teil 2 Sie hören nun ein Gespräch. Dazu sollen Sie zehn Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch zweimal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt das Gespräch. Der Turn- und Sportverein Neustadt wird in diesem Jahr 100 Jahre alt und feiert diesen Geburtstag mit einem großen Programm. Ich begrüße dazu heute hier im Studio eine Vertreterin des Turn- und Sportvereins Neustadt, Frau Seifert. Guten Tag. Guten Tag. Frau Seifert, welche Aufgaben haben Sie denn im Verein? Ja, also ich führe bei allen Sitzungen Protokoll. Ich schreibe also alles auf, worüber diskutiert wird und was beschlossen wird. Schriftführerin heißt das. Aha. Vielleicht liegen Ihnen als Schriftführerin da sogar noch Papiere aus den ersten Vereinsjahren vor? Ja, so ist es. Unsere Kollegen früher waren nämlich äußerst sorgfältig. So konnten wir in unserer Festzeitung zum 100. Geburtstag das Programm von der ersten Hauptversammlung des Vereins veröffentlichen. Das macht sich sehr nett. Unglaublich, dass trotz der zwei Kriege in diesem Jahrhundert solche Papiere und Unterlagen noch vorhanden sind. Also, ich nehme mal an, als Ihr Verein vor 100 Jahren gegründet wurde, war Sport doch sicher nur eine Sache für Männer. Ja, klar. Am Anfang war Sport reine Männersache. Es hat 16 Jahre gedauert, bis bei uns die ersten Frauen dazu kamen. Das war ein echter Fortschritt für die Zeit damals, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, das kann man sich gut vorstellen. Wie viele Frauen haben Sie denn heute im Verein im Vergleich zu Männern? Ja, also heute sind es ziemlich viele. Über 50 Prozent der Mitglieder sind Frauen. Das heißt, mehr als 1.000 der insgesamt 2.000 Mitglieder. Ihr Verein hat ja hier in Neustadt eine schöne Anlage mit Sportplätzen im Freien und einer großen Halle. Wer finanziert denn das eigentlich alles? Ja, also 50 Prozent des Geldes, das wir brauchen, bekommen wir durch unsere Mitglieder in Form von Mitgliedsbeiträgen. Den Rest bekommen wir von der Stadt und vom Deutschen Sportbund dazu. Wenn man sich Ihr Angebot ansieht, dann staunt man. Da gibt es alles, was zurzeit gefragt ist. Von Aerobik über sportliches Gehen bis hin zu Mutter-Kind-Gymnastik. Ja, das stimmt. Im Grunde genommen bieten wir fast jede Sportart an, außer Schwimmen. Es gibt im Nachbarort ein großes Schwimmbad mit einem extra Schwimmverein. Also da wäre es Unsinn, wenn wir eine eigene Abteilung für Schwimmen aufmachen würden. Woher kommen denn Ihre Trainer und die Lehrer für alle diese vielen Sportarten? Ja, also die meisten kommen aus dem Verein selber. Wir bilden ja viele Leute aus, die später Sport studieren oder Leistungssport machen. Diese Leute bitten wir oft im eigenen Verein zu unterrichten. Ja, klar. So bleiben Ihnen die Talente praktisch erhalten. Frau Seifert, ich bedanke mich für Ihren Besuch hier in unserem Studio und wünsche Ihrem Verein auch für die nächsten 100 Jahre alles Gute. Danke. 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 Der Turn- und Sportverein Neustadt wird in diesem Jahr 100 Jahre alt und feiert diesen Geburtstag mit einem großen Programm. Ich begrüße dazu heute hier im Studio eine Vertreterin des Turn- und Sportvereins Neustadt, Frau Seifert. Guten Tag. Guten Tag. Frau Seifert, welche Aufgaben haben Sie denn im Verein? Ja, also ich führe bei allen Sitzungen Protokoll. Ich schreibe also alles auf, worüber diskutiert wird und was beschlossen wird. Schriftführerin heißt das. Aha. Vielleicht liegen Ihnen als Schriftführerin da sogar noch Papiere aus den ersten Vereinsjahren vor? Ja, so ist es. Unsere Kollegen früher waren nämlich äußerst sorgfältig. So konnten wir in unserer Festzeitung zum 100. Geburtstag das Programm von der ersten Hauptversammlung des Vereins veröffentlichen. Das macht sich sehr nett. Unglaublich, dass trotz der zwei Kriege in diesem Jahrhundert solche Papiere und Unterlagen noch vorhanden sind. Also ich nehme mal an, als Ihr Verein vor 100 Jahren gegründet wurde, war Sport doch sicher nur eine Sache für Männer. Ja klar. Am Anfang war Sport reine Männersache. Es hat 16 Jahre gedauert, bis bei uns die ersten Frauen dazu kamen. Das war ein echter Fortschritt für die Zeit damals, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, das kann man sich gut vorstellen. Wie viele Frauen haben Sie denn heute im Verein im Vergleich zu Männern? Ja, also heute sind es ziemlich viele. Über 50 Prozent der Mitglieder sind Frauen. Das heißt mehr als 1.000 der insgesamt 2.000 Mitglieder. Ihr Verein hat ja hier in Neustadt eine schöne Anlage mit Sportplätzen im Freien und einer großen Halle. Wer finanziert denn das eigentlich alles? Ja, also 50 Prozent des Geldes, das wir brauchen, bekommen wir durch unsere Mitglieder in Form von Mitgliedsbeiträgen. Den Rest bekommen wir von der Stadt und vom Deutschen Sportbund dazu. Wenn man sich Ihr Angebot ansieht, dann staunt man. Da gibt es alles, was zur Zeit gefragt ist. Von Aerobic über sportliches Gehen bis hin zu Mutter-Kind-Gymnastik. Ja, das stimmt. Im Grunde genommen bieten wir fast jede Sportart an, außer Schwimmen. Es gibt im Nachbarort ein großes Schwimmbad mit einem extra Schwimmverein. Also da wäre es Unsinn, wenn wir eine eigene Abteilung für Schwimmen aufmachen würden. Woher kommen denn Ihre Trainer und die Lehrer für alle diese vielen Sportarten? Ja, also die meisten kommen aus dem Verein selber. Wir bilden ja viele Leute aus, die später Sport studieren oder Leistungssport machen. Diese Leute bitten wir oft, im eigenen Verein zu unterrichten. Ja, klar. So bleiben Ihnen die Talente praktisch erhalten. Frau Seifert, ich bedanke mich für Ihren Besuch hier in unserem Studio und wünsche Ihrem Verein auch für die nächsten 100 Jahre alles Gute. Danke. Ende des Tests Hörverstehen Teil 2 Hörverstehen Teil 3 Sie hören nun fünf kurze Texte. Dazu sollen Sie fünf Aufgaben lösen. Sie hören jeden Text zweimal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 56 bis 60 auf dem Antwortbogen. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 56. Sie rufen im Büro einer Sprachenschule an und fragen nach dem Weg. Also, wenn Sie aus dem Bahnhof rauskommen, sind Sie in der Schillerstraße. Gehen Sie dann nach rechts und immer geradeaus, bis Sie zu einer Kreuzung kommen. Das ist die Königstraße. Überqueren Sie die Königstraße, bleiben Sie aber in der Schillerstraße. Wir sind dann ein Stückchen weiter gegenüber vom Kino Gloria. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie rufen im Büro einer Sprachenschule an und fragen nach dem Weg. Also, wenn Sie aus dem Bahnhof rauskommen, sind Sie in der Schillerstraße. Gehen Sie dann nach rechts und immer geradeaus, bis Sie zu einer Kreuzung kommen. Das ist die Königstraße. Überqueren Sie die Königstraße, bleiben Sie aber in der Schillerstraße. Wir sind dann ein Stückchen weiter gegenüber vom Kino Gloria. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 57. Hören Sie jetzt den Text. Sie möchten ins Kino gehen und rufen die Kinoauskunft an. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir bringen Ihnen jetzt einen Ausschnitt aus dem Programm der Zürcher Filmtheater. Das Kino Gloria Palast ist zur Zeit wegen Renovierung geschlossen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie möchten ins Kino gehen und rufen die Kinoauskunft an. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir bringen Ihnen jetzt einen Ausschnitt aus dem Programm der Zürcher Filmtheater. Filmcasino Frühstück bei Tiffany 18.30 Uhr und 20.30 Uhr City Kino 1 Sommer 18.45 Uhr 18.45 Uhr und 21.00 Uhr City Kino 2 Starke Jungs 18.15 Uhr und 19.45 Uhr Das Kino Gloria Palast ist zur Zeit wegen Renovierung geschlossen. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 58. Hören Sie jetzt den Text. Sie interessieren sich für das Wetter in Südbayern und hören den Wetterbericht im Radio. Und nun der Wetterbericht des Wetteramtes München für Montag, den 28. Oktober. Südbayern Anfangs noch vereinzelt Regen, später zunehmend sonnig mit Höchsttemperaturen bis 18 Grad. Nachts geringer Bodenfrost. Nordbayern Wechselhaft mit Schauern, dabei mild und sehr windig. Temperaturen nachts bis minus 2 Grad. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie interessieren sich für das Wetter in Südbayern und hören den Wetterbericht im Radio. Und nun der Wetterbericht des Wetteramtes München für Montag, den 28. Oktober. Südbayern Anfangs noch vereinzelt Regen, später zunehmend sonnig mit Höchsttemperaturen bis 18 Grad. Nachts geringer Bodenfrost. Nordbayern Wechselhaft mit Schauern, dabei mild und sehr windig. Temperaturen nachts bis minus 2 Grad. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 59. Hören Sie jetzt den Text. Sie sitzen im Zug und hören folgende Durchsage. Guten Tag, wir begrüßen alle neu hinzugestiegenen Fahrgäste im IC Riemenschneider auf der Fahrt von Hamburg nach Nürnberg. Unser Zugrestaurant finden Sie zwischen der ersten und zweiten Wagenklasse, wo Sie das Speisewagenteam ab 11.30 Uhr gern zum Mittagessen erwartet. Verehrte Fahrgäste, auch eine Minibar befindet sich im Zug. Sollten Sie Appetit haben auf einen kleinen Imbiss oder auf kalte und warme Getränke, diese Dinge können Sie im Abteil kaufen. Die Minibar kommt durch die zweite Wagenklasse. Weitere Auskünfte und Informationen erhalten Sie beim ICE-Team dieses Zuges. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sitzen im Zug und hören folgende Durchsage. Guten Tag, wir begrüßen alle neu hinzugestiegenen Fahrgäste im IC Riemenschneider auf der Fahrt von Hamburg nach Nürnberg. Unser Zugrestaurant finden Sie zwischen der ersten und zweiten Wagenklasse, wo Sie das Speisewagenteam ab 11.30 Uhr gern zum Mittagessen erwartet. Verehrte Fahrgäste, auch eine Minibar befindet sich im Zug. Sollten Sie Appetit haben auf einen kleinen Imbiss oder auf kalte und warme Getränke, diese Dinge können Sie im Abteil kaufen. Die Minibar kommt durch die zweite Wagenklasse. Weitere Auskünfte und Informationen erhalten Sie beim ICE-Team dieses Zuges. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 60. Hören Sie jetzt den Text. Sie sind im Kaufhaus und hören folgende Durchsage. Das ist Spitze. Sommerschlussverkauf. Jetzt bei uns mit Superangeboten. Ja, bei uns gibt's zum Beispiel damenhafte Röcke für nur 39 Euro und modische Pullover in lässiger Weite. Wählen Sie aus verschiedenen Farben und Formen das Stück nur 19 Euro. Und das gibt's ganz aktuell für Sie, meine Herren. Oberhemden in großer Auswahl, pflegeleicht, für nur 5 Euro. Oder die modischen Cityhosen für Herren, voll waschbar und echt günstig, nur 10 Euro. Greifen Sie zu, solange der Vorrat reicht. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind im Kaufhaus und hören folgende Durchsage. Das ist Spitze. Sommerschlussverkauf. Jetzt bei uns mit Superangeboten. Ja, bei uns gibt's zum Beispiel damenhafte Röcke für nur 39 Euro und modische Pullover in lässiger Weite. Wählen Sie aus verschiedenen Farben und Formen, das Stück nur 19 Euro. Und das gibt's ganz aktuell für Sie, meine Herren. Oberhemden in großer Auswahl, pflegeleicht, für nur 5 Euro. Oder die modischen Cityhosen für Herren, voll waschbar und echt günstig, nur 10 Euro. Greifen Sie zu, solange der Vorrat reicht. Vielen Dank. Vielen Dank.